Ich führe eine Regierung an, in der die Hälfte für die Anteil dagegen sind und das ist nicht ganz einfach. Sie waren ja schon, als die Grünen gegründet wurden, so im Realo-Lager und wurden da heftig angegriffen. Klingt da wieder bei Ihnen ein bisschen was nach? Ich meine, das ist ja wirklich die Realität. Das kann ich einfach nicht ändern. Was wären die Alternative gewesen? Wir hätten gesagt, wir machen die Koalition nicht mit den Sozialdemokraten, trotz Übereinstimmung mit den wichtigen anderen Feldern. Dann hätte es eben schwarz-rot gegeben, dann wäre Stuttgart 1, wenn Sie auf jeden Fall gebrauchen würden. Also das ist die Alternative. Die Politik heißt immer in Alternativen denken. Und deswegen kann ich jetzt in der Regierung einfach das machen, was ich oder die Grünen für sinnvoll haben. Genau so wie ich jeweils finanziere. Der ist für Krieg. Der ist für Krieg. Eine zweite Frage dazu. Wie lange gilt sich das Lüge, die Verküpfung in der Verbreitung eines Professor-Für-Kind-Leisten, der mit seinen Lügen und mit dem, was er daran zufiert hat, seine wissenschaftliche Reputation unter Fachleuten längst verloren hat. Also ich habe da nur noch mal wiederholen, hier möchte ich einfach immer mit Lügen operieren. Es wird so sein, das was jetzt in diesem Zeit steht, zur Leistungsfähigkeit des Bahnhofs, da wird, es wird keine zehn Tage dauern, da braucht ein anderer, der sagt bestimmt nicht, was der gesagt hat. Der rechnet das anders und kommt zu einem anderen Ergebnis. Also, das sind keine, so geht es nicht sinnvoll. Wir haben jetzt Verfahrensvorschläge gemacht, wir haben eine Schlichtung gemacht, wir machen jetzt einen Stresstest und wir tun alles dafür. Und das ist schwer genug, dass der auch nach unseren Vorstellungen gemacht wird, unser Stresstest. Darauf kommt es an und wir können sozusagen, wir jetzt nicht noch riesige Aktionen in die Vergangenheit machen, was da alles falsch gelaufen ist, sondern wir müssen schauen, kommen wir weiter in die Zukunft. Aber nur so können wir produktiv arbeiten, unter den Bedingungen, die wir gerade gebildet haben, dass wir nicht einen Stuttgart 21 Befürworter qualieren. Aber in der Zukunft wird es doch auch darum gehen, zum Beispiel die Ausgangspunkte eines solchen Stresstestes, die Grundlagen auf ihren inhaltlichen Gehalt zu prüfen und zu prüfen, ob diese Grundlagen realistisch sind oder unrealistisch. Selbstverständlich. Darum geht es natürlich, dass wir, letztlich geht es da ja um einen Fahrplan, dass es ein Fahrplan ist, der den Bedingungen, die er in der Schrift umeinander entspricht, damit eine hohe Betriebsqualität, die er als Standard ist, nur dann kann das akzeptiert werden. Und es muss sozusagen ein Fahrplan sein, ich sage mal vorsichtig, dem das Land auch bestellen würde. Nicht irgendeinen Fahrplan, der so gemacht ist, der der Infrastruktur angepasst ist, sondern wir wollen einen realistischen Fahrplan, der gut ist und dem die Infrastruktur angepasst wird und umgekehrt. Darum geht es, das ist schon das Sagen der Konflikte. Herr Kretschmann, mein Name ist Marc Krüger und ich komme von der IG Bürger für Stuttgart 21. Die ich auch hierher geschafft habe und übrigens sind wir auch sehr für bürgerschaftliches Engagement, um meine Vorurteile nicht aufzuräumen. Jeder ist hier herzlich eingeladen. Also ich habe ja nur eine Minute. Demonstrieren finden wir gut, aber es gibt auch andere Seiten des Protests. Und über die müssen wir leider auch reden. Es ist zum Beispiel so, dass es ein ordnungswidriges Zeltlager im Schlossgarten gibt. Wir sind hier auf einer Vorurteilung, habe ich gedacht. Darf ich mir meine Meinung sagen oder darf ich nicht? Nein, nein. Die TAZ hat gestern gespielt, das ist eine Zeitung, die nicht den Grünen oder anderen hier zeitlich gegenübersteht, dass Menschen systematisch versuchen, die Arbeitsfähigkeit der Stuttgarter Gerichte durch maßenhaftes Besuchen dort, durch Lustigmachen über Richter und Staatsanwälte die Arbeit der Investition zu gehören. Und wir als Einzelmitglieder von der IG wurden zum großen Teil beschimpft, bespuckt. Sie werden jetzt wieder zusammengeschrieben. Die meisten von uns sind noch nicht mal Mitglied in irgendeiner Partei. Und was möchten Sie, Herr Tretschmann, rechtstaatlich, rechtstaatlich dafür tun, dass die Klima in der Stadt hier wieder besser wird? Ich glaube, das muss ich jetzt einfach auch als Bürger sagen, wir müssen schon noch ein bisschen üben im politischen Umgang. Wir müssen schon noch ein bisschen aushalten, dass es auch andere Meinung gibt. Herr Tretschmann ist schon wieder zu. Ich meine, es ist klar, jeder Bürger hat den Anspruch, dass er zu Wort und zu seinem Heft kommt. Auch die Stuttgart 21 Befürworter haben ihre Demonstrationen, ihre Läufe dafür gemacht. Es ist völlig in Ordnung und bestreitet, niemandem das Recht zu machen. Und das, was ich jetzt im Einzelnen vorgeführt habe, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es jedenfalls stimmt, wäre es nicht in Ordnung. Also, dass jemand, wobei der Stuttgart 21 ist, angegriffen oder bespuckt wurde, ist natürlich völlig ingesign. Der grüne Ballon, bitte, zur nächsten Wortmeldung. Also, erstmal finde ich das unglaublich, was hier im Wohnen sich erlaubt. Wenn man sich mal anguckt, die letzten Monate, wie wir von dem Urlaub angegriffen wurden, sind jetzt auch tätig. Und das eigene Thema, das steht auch im Zusammenhang mit der Gewalt. Seit Monaten sind wir Stuttgart 21 Gegnerinnen und Gegner konfrontiert mit einer unglaublichen Polizeigewalt und einer unglaublichen Polizeibetür. Der 30.09. war eigentlich nur der graubige Höhepunkt. Und bis heute ist es so, dass nicht die Täter der Gewalt, nämlich die Polizisten, verfolgt werden, sondern die Opfer. Es gibt eigentlich nur Fakt an die Offenlandsetzungen. Es gibt 1000 Strafefeiern gegen Stuttgart 21 Gegnerinnen und Gegner. Und jede Woche finden völlig absurde Prozesse statt, hier an den Arztberichten und Landgerichten, wo Stuttgart 21 Gegnerinnen wegen Michtigkeiten verurteilt werden, zu hohen Strafen. Die Frage, wann gibt es endlich eine Aufarbeitung vom 30.09, eine ehrliche Aufarbeitung, eine Wiede-Gut-Machung für die Opfer? Wann werden endlich die Strafverfahren eingestellt und eine Ernestie erlassen? Und wann wird endlich Oberstaatsanwalt Bernhard Häusler entlassen? Wer wird immer als Oberschaubmacher die Sachen kriminalisieren, und der Stuttgart 21 Gegnerinnen und Hauptspiel? Ich meine auch gegen einen Veranstalter der Montagsdemos und gegen den Veranstalter auch hier dieser Veranstaltung, wir reden mit auf dem Marktplatz, gegen Gangolf Stocker laufen ja auch. Einige Strafe verankreisen gar nicht wie viele, weil er eben im Protest einige Grundregeln, Geiligkeiten eigentlich verletzt hat. Wie steht es um das Thema Amnestie und um das Thema Umgang mit dieser Bestrafung? Ja, also damit haben wir uns in den 14 Tagen beschäftigt. Sie haben einen Gedefinitor. Ja, wir müssen sehen, wir sind jetzt 14 Tage im Amt. Die Leute müssen ja erstmal ihre Ministerien organisieren, ja. Man muss jetzt nicht erwarten, dass man nach 14 Tagen alles machen kann. Wie ist Ihre Haltung? Ja, aber man muss sehen, wir haben Gewaltenteilung in der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist jetzt nicht Aufgabe des Ministerpräsidenten, die Justiz zu kritisieren. Da muss man schon mal ein bisschen vorsichtig sein, ja. Also über sowas wie Amnestie oder so haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Also ich bitte, da ist bitte um Geduld, das geht so schnell. Aber können wir sowas in der Auseinandersetzung um eine gute politische Kultur, um ein Miteinander nicht auch ein Thema werden? Ja, gut, aber ein Musee ist so etwas wie eine Amnestie, ist sozusagen das alleräußerste Mittel. Jetzt ist erst mal klar, der Innenminister wird diese Vorgänge nochmal, der neue Innenminister, aufarbeiten. Ja, das ist klar. Es hat ja dazu ein Unbesuchungsaufgift gegeben. Dazu haben wir ein Minderheitenvotum, weil wir da nochmal in der Opposition waren, abgegeben. Und das wird jetzt sozusagen nochmal auch aufgrund des Minderheitenvotums untersucht. Das sind sozusagen die ersten Räte, die da gemacht werden vom Innenminister. Hoffentlich schnell! Bitte im roten Ballon. Ja, guten Tag Herr Gretschmann, mein Name ist Frey. Sie haben vorher interessante Sachen zur Wahrheit gesagt, aber man muss ähnliche Dinge auch mal genauer anschauen. Wenn ich jetzt an die Schlichtung denke, dann ist das mal auf einer Seite so, dass da 30.000 Portschützer nicht dabei waren und dass eine Schlichtung normal erst dann akzeptiert ist, wenn es eine Urabstimmung aus von der Basis gab. Und dann, ähm, zu der Begründung von Herr Geister zum Weiterbauen, es gäbe eine Baugenehmigung für S21, da muss man auch mal genau hinschauen. Es gibt die vom Tiefbahnhof und nochmal zwei andere Stücke, aber für das komplette S21 gibt es nämlich noch keine Baugenehmigung. Baugenehmigung und damit fällt eigentlich für mich die Begründung für das Weiberbauen zusammen. Und auch der Streit, der jetzt momentan ist, über die Leistungsfähigkeit, da frage ich mich, warum man nicht in die Projektbegründung schaut. Da ist nämlich eine konkrete Zahl drin, 1134 Züge am Tag und daran müsste sich die Bahn durchmessern lassen. Und auch wenn jetzt die Bahn so aus ihr Rechtslage brucht, ich wollte eigentlich nur noch darauf hinzusagen, dass, ähm, ähm... Sie sind jetzt irritiert, aber wir haben Ihre Frage gut verstanden. Es geht wirklich, äh, nochmal um den Stresstest, der ja schon in einigen Variationen hier auf dem Tisch war und über die Zahlen und, äh, wie Sie damit umgehen. Darum, wir versuchen wirklich nochmal, dass dieser Stresstest nach den Bedingungen, wie es in der Schlicht und genannt wurde, gemacht wurde, ja, darum geht es jetzt, äh, da haben wir Kritik dran, äh, wie die Bahn das eingefädert hat. Es wird gerade diese Woche verhandelt, äh, auf was die Prämissen und die Eingaben sind. Man kann ja nur das testen, was man einbieten, ja. Da sind wir also dabei. All das, die Fragen, die jetzt hier auch vorgebracht werden, sind uns ja alle klar und bewusst, äh, das so zu machen, äh, dass es auch ein Stresstest ist, der akzeptiert wird. Das ist ja wichtig. Und es gibt es nachher wieder einen riesen Streit darum, äh, und dann hat er seine gefliegene Wirkung ja nicht mehr, wenn er sofort umstritten ist, wenn er wieder kommt. Und ich denke, auf der Grundlage werden hoffentlich alle einsehen, dass man ihn nach vernünftigen, äh, verkehrstechnischen Eingaben machen muss. Wir haben hier eine spannende Veranstaltung, aber wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, weil Ministerpräsident Kretschmann, äh, heute noch seinen Arbeitstag vor sich hat, und nicht in den Feierabend gehen will, sondern zum nächsten Termin muss. Deswegen sehen Sie es mir nach. Ich kann nur noch eine Frage zu lassen am Veranstaltung. Herr Ministerpräsident, ich, äh, meine Frage zielt auf, was Elementarer sagt, nicht zum Hauptthema heute Abend, und zwar der Frieden. Meine Frage ist, wie verhalten oder wie ist Ihre Haltung zu der Entscheidung damals in dem Krieg in Jugoslawien? Äh, ich möchte aber drei Dinge vorausschicken. Erstens, meine Frage ist nicht polemisch. Zweitens, ich weiß, dass Sie bekennender Christ sind. Und drittens, ich habe diese Frage im Landeswahlkampf in Ludigsburg dem Herrn Schlauch gestellt, und ich muss sagen, ich war enttäuscht, er hat es noch verteidigt. Ja, dann wird es von mir auch enttäuscht sein, denn ich verteidige den daran im Schluss auch. Gut, äh, dann lassen wir noch eine Frage zur Sache zu. Bitte. Am blauen Ballon. Guten Abend, Herr Kretschmann, Sebastian Heinl von der Interessensgemeinschaft Bürger für Stuttgart 21. Ich habe eine Frage für die Kosten, und zwar zu den Ausstiegskosten sollte die Volksabstimmung im Herbst tatsächlich so ausgehen, dass das Land aus Stuttgart 21 aussteigt. Sie hatten letzte Woche in der Zeitung gesagt, dass nach einem Kassensturz des Flächenland Baden-Württemberg auf dem 13. Platz, was die Schulden angeht, abgefallen ist. Wie können Sie in so einer prekären finanziellen Lage so einen Ausstieg aus dem Infrastrukturprojekt befürworten? Auf dem 13. Platz sind ja nur dann, wenn man die Pensionskosten mit einrechnet. Das war nur zur Klarstellung. Ja, das Entscheidende ist, wir, jedenfalls die grüne Seite der Regierung, ist davon überzeugt, dass die Ausstiegskosten, ja, die sind natürlich vorhanden, und so an sich nach auch weite in der Größenordnung, wie waren sie behauptet, dass es immer noch besser ist, diese Ausstiegskosten zu bezahlen, als sie ein Projekt zu geben, wo wir überzeugt sind, dass sehr, sehr viel Euro wird. Und so lange sozusagen der Ausstieg und die Alternativen kostengünstiger und aber auch verkehrsregend besser sind, wie Stuttgart 21, ist es sinnvoll, dieses Geld dann auszugeben. Applaus 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 Wir sehen, wir sehen am Ende dieser Premiere von Wir reden mit Volksversammlungen auf dem Marktplatz. Den Eindruck nehmen Sie mit, Herr Ministerpräsident. Guten, der Herr Künge. Eine Schoten. Meinen Sie, dass man so etwas wieder mal mit Ihnen machen kann? Aber kann. Aber der, wir haben jetzt alle, wir haben jetzt alle gewöhnen. Applaus Applaus Und deshalb Das ist auch in Ihrem Sinne, Das haben Sie jetzt demonstriert. Das ist mich ganz herzlich bei Ministerpräsidenten Friedrichsland. Ich danke für seine Bereitschaft, zu kommen. Das war neu. Das war gut. Applaus Applaus Und ich denke, Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass er vielleicht das in Ihrem Sinne auch schafft, was Sie gerade gerufen haben, nämlich Obenberg. Herzlichen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.